Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Secret Neighbor am heutigen Tag, zusammen mit Maudado, Eho, Zombie, Hoho und German, let's play! Hallo! Meine Damen und Herren, es gibt eine neue Map, wir haben sie noch kein einziges Mal gespielt, wir werden sie jetzt hier direkt testen. Und dazu drücke ich auf Spiel, starten, wir hören uns wie immer nur, wenn wir in der Nähe sind. Und, das stimmt, viele haben mir gesagt, ich soll auch den zweiten Ohrstöpsel benutzen. Boah, ich hasse das ja, ich hasse es, zwei Ohrstöpsel im Ohr zu haben. Mann ey, aber dann soll ich euch irgendwie besser hören, angeblich. Ich bin's nicht! Wie krass ist das, neue Haut? Sieht aus wie es heißt, ey. Stimmt. Das ist die Dämme. Hä? Das ist das Augengemälde und da ist so ein Rohr und das Rohr. Hier, guck mal rein, warte, guck mal hier rein. Stimmt! Hier braucht man direkt eine... Oh! Wow! Das ist nicht schlecht. Das hat sich aber leicht verändert. Hier ist eine Karte, ich habe eine. Ja, ja, dann steck sie mal direkt rein, Brudi. Ist schon. Okay, sehr gut. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Oh, ist das creepy, auf einmal so... Ah! Oh, Zombie, du Arsch. Hallo, warum weißt du, dass ich das war? Hatte kurzzeitig deinen Namen gesehen. Oh Gott, Alter, was ist denn hier los? Hier kann es jetzt alles wesentlich offener. Zombie, kannst du mir eine Sache versprechen? Ja, was denn? Dass du es nicht bist? Nee. Oh, ich habe... Alter, wie viele... Oh, da! Also, es gibt hier viel mehr Karten. Irgendwo muss hier der Schlüssel sein. Ich habe einen. Achso, du hast einen. Dann lass ihn direkt reinstecken. Da passt... Da kommen wir... Da kommen wir nicht durch. Ah, warte, hier kann ich rein. Ah, oh! Wow! Oh! Ah, hier ist noch eine Dreierkarte. Benutzt du ruhig den Schlüssel? Dreier-Tür, Palette. Wie bitte? Hier ist eine Dreier-Tür. Ja, ja, hier auch. Ich drück's nicht. Oh, wow! Wenn ich... Hier, wo ist hier eine Dreier-Tür? Da, hier! Mal gucken. Hast du einen Dreier-Tür? Hier das? Nee. Oh. Ich habe nur ein Skateboard. Was ist denn jetzt hier alles? Wieso hat er denn nur ein Skateboard? Ich muss auch hier oben... Ich meine, ich bin... Oh! Oh! Oh, ja. Let's go, der Hase. Komm her! Bam! Ach, Mist, das ist... So, wir werden uns essen. Voll. Nein, Tom Bay ist es nicht. Was da ist? Es sei denn, Tom Bay hat den Schlüssel, den er gefunden hat, weggeschmissen. Oh, es ist Manu, es ist Manu. Haha, ich werde gegessen. Was? Wirklich? Ja, wirklich. Ja, schade. Wie casual er gesagt hat. Ja, ich werde gefressen. Gehst du jetzt schnell weg hier? Tom Bay? Tom Bay, wie soll ich... Genau, schließ auf. Sehr gut. Hallo. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh Gott. Oh Gott, Tom Bay, lauf! Go, 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 go. Nein, nein. Als ob, ja toll. Ist hier irgendwas drin? Nee, natürlich nicht. Level 2. Einfach nur eine Level 2-Karte. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier hinter vielleicht. Level 2, Level 2, Level 2. Nur da oben. Oh, was ist das denn da? Als ob. Ja, nice. Hallo, Palette. Hallo, Minual. Nein! Nichts passiert. Warte, hier. Hopp. Hä? Ah. Sehr gut. Dann gehen wir einfach hier lang. So. Kein Problem. Rein da. Rein da. Kellertür geöffnet. Nein. Ja. Nein. Nein. Die Kinder haben gewonnen. Als ob, ich hab dich gesehen und hab dich dann verloren am Ende. Oh Gott. Mein Puls war plötzlich hoch. Zombie, lebst du noch? Ah. Warst du noch? Nee, ich war tot. Nein, alle waren tot außer du. Als ob. Ich hab dich ganz am Ende noch kurz gesehen. Uh, da war ich ja. Richtig ja, MVP. Zwei Schlüssel und gewonnen. Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben. Danke. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich ein Murderer. Beziehungsweise Nachbar. Und dann war's das. Da ist da Ende gelände. Nice, Pidyssel. Jetzt. Let's go. Schluck aufs Flasche. Komm, Flasche. Ah. Ah, wie immer. Das ist lecker. Das Münchner Leidungswasser. Das ist ein Traum. Das ist aus Gold. Wow. Ich bin Kind. Finde alle Schlüssel. Öffne die Kellertür. Ja, ich auch. Na klar. Oh, ich werd schon abgeworfen von Paluten. Oh, ist es doch. Oh, ist es. Oh, ich hab direkt ne Schlüsseldingens. Was ist er denn? Da. Aua. Es ist Menje wahrscheinlich. Nee. Oh, noch ne Karte. Warum läuft Mordado weg? Das steht doch hier so. Ich kann mal die Schlüsselkarten sammeln. Eine Kollektion. Aua. Oh, hallo. Hallo, Mordado. Nee, ich hab dich gesagt. Ich hab dich gerade ausgelacht. Ich hab dich abgeworfen. Ich ausgelacht. Aua. Was soll denn das? Wie schmeckt dir das? Nicht gut. Wie, was soll denn das? Ich hab auch, falls jemand noch ne Level 1 Tür, wär ich dabei. Menje leuchtet irgendwie komisch. Ja, weil ich was gegessen habe. Ich weiß nicht, ob ich ihm da so vertrauen kann. Wisst ihr, wisst ihr, was dieses Ei bringt, das ist irgendwie neu. Das Ei? Boah, Nase juckt. Nase juckt. Nicht ins Gesicht fassen. Warte mal, ich mach ihn mal langsam, ane, dass wir nachher Probleme haben. Ja. Überall gleich sehen. Alter, heute rennt's bei Pidese. Heute rennt's. Oh Gott, Hilfe. Was denn? Ich glaub, Zombie ist grad Manu auf. Ja, egal. Ich moch den Jungen noch nie. Oh, hier ist auch so ein Ei. Oh. Hier nochmal das einsammeln, was auch immer das bringt. So, schnell einmal hier. Und weg. Paluten ist hinter mir. Naja, aber ich hör dich auch. Hinter wem ist er denn jetzt? Ich hab auch ihn gerade gehört. Maudano, ich helf dir. Ich nimm einen Beutel. Wo bist du, Junge? Ich lebe. Zombie ist einfach an mir vorbei. Oh Gott, nein. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Maudano, komm. Hilf mir, schnell. Uah. Uah. Ich kann die Tür nicht aufbrechen. Maudano, es ist ein Kürbis. Er ist ein Kürbis. Er ist... Ich bin in Soff... Warum hab ich denn Fiech? Wo bist du denn? In Soff, ich laufe. Nang. Okay. Nein, hier ist eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Ich hab nichts zu werfen. Und raus. Aua. Ist er immer... Nee, ist weg. Kein Problem. Okay, Kreia zeigt den Schlüssel. Hallo, Zombie. Oh, du bist ja süß. Ich weiß. Maudano. Uah. Hallo. Maudano, wo bist du? Ah, er hat mich getreten. Er hat mich getreten. Er frisst mich. Der Kürbis. Wie fühlt sich die denn? Nein. Richtig cool. Licka. Hallo, Palenzo. Hallo, Manuel. Willkommen im Schattenreich. Ah, nee, ich bin jetzt im Schattenreich. Was hat er denn da gemacht? Ich hab das Gefühl, er hat mich getreten. In eine Falle. Und man. Du kannst da eine richtige Bärenfalle aufstellen. Ich hab keine einzige Schlüsselkarte. Ich weiß nicht, wie ich weiter hochkomme. Da waren aber auch irgendwie fünf Stück. Oh, ich hab schon einen Schlüssel auf. Oh, nee, da geht er auch. Uh, da ist er. Da. Eier da. Jetzt ist er da auch drin. Ich hab mir nur noch angezeigt, dass jemand in der Falle ist. Lass doch die Tür zu. Ich hab's ausgetauscht gegen anderes. Oh. Oh. Warte. Nicht essen. Nicht essen. Hier, ich hab einen Panzer. Toll, hier. Siehst du den? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, ich ging ins Bett. Ich ging ins Bett. Oh, das ist ein Panzer. Oh, der Nachbar hat gewonnen. Oh, das hat Zauber wieder gut gemacht. Ey, die Falle, die hab ich null gesehen. Ich hab aber auch nicht drauf geachtet. Aber es war richtig gut. Wie kann man die denn hinstellen? Die war immer rot bei mir. Ja, du musst die Fähigkeit erst aufzuhören. Du musst ganz gerade auf den Boden gucken. Wirklich gerade unter dich. Dann kannst du die nicht stellen. Oh, lol. Und man konnte aber unendlich davon aufstehen. Keine Ahnung. Ich hatte irgendwie kein Limit. Ich hab ein paar hab ich gesehen. Ich bin da schon um so zwei herumgedrippelt und dann lauf ich rückwärts und eine rein. Du bist einfach ein Tänzer, Maudade. Du bist ein Tänzer. Mängel, machen wir mal bereit. Ich wurde hier geroastet. Ja, du wurdest nicht geroastet. Oh, da geht's. Mann, ich werd nie der Nachbar. Oh Gott, ich hab schon mein Ding. Wer hat Hunger? Wer will ne Nuss? Ich. Ich will ne Nuss, bitte. Danke. Hier. Das war ein Karton. Ey, ey, grill jetzt doch mal auf, Bruder. Das war ich nicht. Ich geh von den allen weg, die stinken. Besonders der mit der Maske. Der duscht auch super selten. Hab ich gehört. Oh, guck mal, was ist das denn? Ich hab ne Schlüsselkarte. Hä? Jetzt hör mal auf, mich zu blenden. Was passiert hier? Nein. Das bringt gar nix. So ein Schlüssel wäre wieder ganz hoch. Hallo. Na? Ich hab so ein Ei gegessen. Du hast eine Keycard gefunden. Nein. Du? Hä, ich hab das Geräusch gehört. Nee. Das war ich. Das war der mit dem Clicker-Ding. Oh, Level 3. Warum ist denn hier unten Level 3? Hä? Wir haben Level 1 gefunden. Hier muss irgendwas krasses hinter sein. Ey, ey, jetzt reicht's doch. Hier, nimm. Welches Level? Ey, welches Level hast du? 3? 1, leider. Ich hab auch nur 1. Hallo, Maudado. Junge, könnt ihr aufhören, einzublenden? Sorry. Wo ist Maudado? Da. Nein, nein, nein. Hör auf. Junge. Ja, friss mich doch. Friss mich doch. Ja? Ja, friss mich. Können wir ein paar Looten umbringen? Warum? Friss mich doch. Ja, deswegen. Ey, aua. Die, scheiß Taschenlampe weg. Sorry. Okay, es reicht. Du bist tot. Du bist tot. Ah, 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 ah. Was sind das für Geräusche? Au! Was sind das für Geräusche? Ich lieg hier auf den Boden. Er hat mich... Ja, iss sie. Nein! Oh nein, Maudado! Maudado ist es! Nein, 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 nein. Jetzt haben wir nicht... Nein, nein! Man, Maudado! Manu hat dich zurückgelassen. Oh Gott! Lauf! Oh Gott, ich lauf! Eier an mich! Ja, scheiß auf dich! Das ist so ein Arschloch-Move. Aber ich hatte auch nichts zum Werfen. Maudado, lebst du noch? Es tut mir leid. Oh. Das ist Zombie. Zombie, hallo! Warte, ich habe ein Spielzeugsoldat. Da. Oh, danke. Hier ist ein Schlüssel. Warte, ich werfe ihn runter. Oh ja, danke. Sehr nett. Oh. Das. Lass lieber tauschen. Sehr gut. Irgendjemand liegt auf dem Boden. Wahrscheinlich Manuel. Der wird gerade gefressen. Manuel? Ob er schon im Schattenreich ist? Ob es meine Schuld ist? Man weiß es nicht. Oh! Run! Was ist er jetzt? Oh nein! Diese blöden Bären! Es war nicht deine Schuld! Diese blöden Bären fallen. Alter. Maniel? Das war deine Schuld. Da rennt der einfach weg. Anstatt mal ein Auge auf den Zombie gerettet hat. Da rennt er einfach straight weg. Ja, aber du hast mich doch erst runtergeschossen. Kann er erst runtergeschossen? Ich lag auf dem Bogen. Du hast die ganze Zeit geblendet. Ich habe nichts gemacht. Warum guckst du denn nicht mal? Ich habe geguckt. Ja, das habe ich gespürt. Als ich tot war. Glaubst du, Zombie schafft es, noch alle drei Dinger zu sammeln? Nee. Go, 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 Zombie. Go. Oh, ich habe ja Maudado gehört. Ja, das ist ein Affe. Ach so. Jetzt geht er raus. Ah ja. Hast du aufhört zu lachen? Junge, wo ist er? Die Frage ist, ob er daran denkt, dass die Bärenfallen da sind. Ja, die Frage ist, ob er da überhaupt noch welche platziert hat. Aber ich denke mal schon. Ich denke auch. Macht ja auch am meisten Sinn. Er bekommt ja auch Bescheid, wenn er da irgendwie dran klebt. Da würde doch auch eine platziert haben. Da ist einer. Ja, er hat sie gesehen. Ah nein. Was war das denn für ein Move? Oh, da war eine Falle. Ja, schade. Schade. Schokolade. Oh, die waren überall. Richtig krass, dass man die Fallen einfach von Anfang an setzen kann. Was? Zumal, du hast sie doch gesehen, die Fallen. Ich habe nur im Ausgang gekämmt am Ende. Wow. Gutes Schlusswort. Leute, das war es mit einer kleinen Runde von Secret Neighbor. Lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Ihr Bock auf mehr habt? Schaut bei Zumal, Maudado, Jamlet's Play vorbei. Alle drei ganz oben verlinkt. Und habt jetzt alle noch einen traumhaft Dakao 3. Tschüss.